Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh, das ist eine gute Chance jetzt. Tor für die DFB-Hälfte! Schirmt den Ball gut ab. Klasse Pass! Guter Pass. Und da klingelt's im Kasten. Gab sicherlich schon schwierigere Aufgaben, aber egal. Jetzt ist gefährlich. Jetzt vielleicht. Und Tor! Ganz knapp der Abschuss da unter die Latte. Die werden den Ball scharf reinbringen und wir gucken, was sie draus machen. Ball kommt rein. Jetzt vielleicht. Und da ist das Tor für Spanien! Das Tor für Spanien. Das Tor für Spanien. Das Tor für Spanien. Hermoso. Virginia. Schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die Zeit. Die Zeit. Die Zeit. Wir haben ein Budget für Spanien. Die Zeit. Es hat durch das Tor mit dem scharf. Sieht. Und das Tor mit dem scharf. Bis zum nächsten Mal.